Marta with Love ist ein neues Fashion-Label von Frauen für Frauen. Wir sind ein kleines Gründerinnen-Team aus München und wir machen tatsächlich nur Kleider, die wir selbst designen und in Europa produzieren lassen. Was uns besonders macht, ist, dass es unsere Kleider nicht im Handel zu kaufen gibt. Natürlich über unseren eigenen Webshop, aber vor allen Dingen durch unsere wunderbaren Fashion-Consultants. Das sind selbstständige Frauen, die anhand einer Musterkollektion ihre Kundinnen beraten, im Einzelgespräch oder eben auch auf lustigen Fashion-Partys. Die Kundinnen lieben diese persönliche Beratung und den Service. Hallo, mein Name ist Barbara Weber. Und seit April bin ich bei Marta with Love als Fashion-Consultant tätig. Das gibt mir die Chance, neben meinem eigentlichen Berufsfeld noch etwas dazu zu verdienen. Und dadurch, dass ich selber Fan von diesen wunderbaren Designs der Kleider bin, war es auch ein leichtes für mich, in meinem Netzwerk diese wunderbaren Fashion-Items weiterzubringen. Meine Freundinnen sind sehr begeistert und fasziniert und ich kann sie dadurch noch glücklicher und schöner machen. Hallo, ich heiße Rosanna und bin Fashion-Consultant bei Marta with Love. Ich habe eine zwölfjährige Tochter und deswegen ist es so toll, bei Marta zu arbeiten, weil ich habe ganz viel Zeit für meine Tochter, aber auch Zeit für meinen Job. Denn diese Flexibilität, die kriege ich nirgendwo anders. Und das Schöne ist jetzt auch, dass ich meine ganzen Netzwerke einbringen kann, egal ob aus Schule, aus Sport, meine Nachbarin, Freundin, Arbeitskollegin. Ich kann alle immer wieder einladen, Fashion-Partys mit mir zu machen und Kleider verkaufen. Und das Schöne ist natürlich, dass ich dadurch jeden Monat meine Umsätze gesteigert habe und immer mehr verdient habe und das mit einem Job, der mega viel Spaß macht.